Meine Güte. So, wie lange machen wir heute? Ich denke, wir machen heute so bis zwei. Ich hoffe man, aber ich glaube, das Ende erreicht man nicht. Also nach zwei Tagen mit so knapp fünf, sechs Stunden Spielzeit und man macht alles, wird man wahrscheinlich das Ende nicht erreichen nach zehn Stunden. So, wie geht's das Ende? Picking up some radio chatter. Repeat, moving the asset. Let's disrupt that little operation. We won't stop the wages. Another one hit. Äh, weil wir jetzt vorhin in der kurzen Pause über Arcane gesprochen haben, ist das natürlich im YouTube Video jetzt nicht nachvollziehbar, warum ich darüber rede. Ähm, kann aber sagen, durch Arcane, wenn die Gamescom wiederkommt, wird man ganz viele Jinxes sehen. Und das tragen nicht immer Leute, die das tragen sollten. Aber jetzt sind hier doch schon drei Schiffe. Oh. 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 Du willst wirklich töten Ihren Master zu töten? Will dieses Rift leden zu ihm? Ich weiß nicht. Aber wenn ich es jetzt nicht lossehe, alles, was du schon vorst, endet. Ich verstehe. Alle, auf die Einura-Installation. In der Zeit, Ariana und ich werden kontrolliert. Und ich bin deine Escort. Genau. Die Emittertower wird verwendet. Und die Resistenz wird deine zurückgezogen. Ich habe eine Signal, wir haben eine Passage in diese Rift. Es wird nur ein paar Sekunden öffert. Das ist alles, ich brauche. Ich werde durch. Ich bin gerade irritiert. Ah ne, es ist wirklich der Abschluss. Ich habe nur eine Mission hier hinten verkackt. Nicht verkackt, sondern übersehen. Ach, verdammt. So viel zu 100% immer machen. Dreh umproof. Aber sie haben gesagt, sie können den Riss nur ein paar Sekunden öffnen. Kann auch sein, dass ich jetzt gerade genau die Mission nicht abbrechen kann. Ja. Wir machen was wir können. Wir sollten jetzt alles gut sein. Was ist dein Name wieder? Es ist Nara. Ich habe das gehört. Nara. Danke. Und das ist für dich. Aktuell ist es frisch, aber nicht kalt. Das sehe ich anders, wenn ich draußen mit dem Hund bin. Warum gibt es mir jetzt noch so viele Random-Dinger hier? Auch nur questa. Oder? Oh. definitions für mich. Der ist nicht knackt. Aber wir brauchen diesen Ein Drive-Vert tauchen. Und das ist es ganz tief. Vanquished. Must continue. Impact. That was the last one. We'll make good use of this. Na, welcher Physiker da draußen wir eigentlich berechnen, wie schnell wir fliegen in etwa? Auf Basis der Daten, die angezeigt werden. Eine Erinnerung? We're tasked with converting Emek Haven. Let's move. Oh? I used to be stationed at Emek. I know people there. Is that a problem? No. It actually makes it much easier. Move out and take point. Erasing old debts. Personally. Receiving Circle Communications. Squad, take point. Let's break up their gathering. Fight on. Destruction complete. Hit them. Ja, ich weiß, wer hat getroffen. Ja, ich weiß, wer hat getroffen. Ich habe immer noch nicht mehr gelegt. Ich habe immer noch gelegt. Ich habe immer noch gelegt. Ich habe immer noch gelegt. Nach den Entferungsangaben bist du eher eine Schnecke im All. Ich glaube nicht, dass wir 36.000 Kilometer die Sekunde machen. Dann würde ich nämlich um alles bei einem durchfliegen hier. Stopp jetzt! Es ist nichts mehr, sie haben es alles genommen. Mal sehen, ob das wahr ist. Hast du nichts detectiert? Nichts. Despite what the signal says, there is equipment behind this barrier field. Why would they lie? To keep away looters. Yet here we are. Yes, let's find a way to shut the barrier field off. They defended this generator. Successfully. Nobody damaged it. Until we arrived. It is empty. But I... But I... It must have been an echo from the past. There's a memory. Why hide this away? Admiral Cardone ordered everyone to turn over all their equipment. And what about after the war? And what about after the war? We'll need this to be built. Not everybody here gave freely to the resistance. Defenses. Useful. Their behavior appears contradictory. We should bring it with us. Honey, the resistance has enough. We'll need it later. Come on. We can't be late reporting for duty on our first day. Okay. Okay. You need a shield module for the Wieder setup. I'll be there now. I'll be here. Now that I can cut off the roof. I'll be here. Okay. So. 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 Weil sind doch kleine Weltraumschiffe so langsam. Weil ist das alles Absicht, dass man so kriecht. Nara, wir sind bereit. Das Ding über uns ist schrecklich. Und bald wird es uns die ganze Realität entzündet. Wir werden schnell. Wir werden das Exzernal-Node re-Polarschieren. Dann die Kontrolltower. Und das sollte das Installation-Schüt ein Konzentraten in die Rift machen. Carving a passage. All right, let's start. I got your back. Circle Harry, they're spotted. Copy. We'll prioritize them, or they'll patch up their fighters. I'm hit! Can't keep the Polaroid in there. Copy. I'll drive them off. Thanks. I'm restarting it. Deck spiral. Hit them hard. They're targeting us. Strike fast. Don't let them go. Let's move on to the control tower. Affirmative. Embrace them! More circle forces. Let's keep them off the tower. We're at 50%. Keeping the beams stable. We're hit. The beams disrupted. Illuminated. Ariana, take point over there. I'll join you. Aye, we must stay in sync. And I'll lay down cover file. My profit! We must prevail. Freaking up! Make them bleed. 75%. Nearly there. Embrace death. Done. Moving on to the final control node. Another one hit. Another one bites the dust. It's heating up. Beams failing. Too much interference. Fight on! Too much heat on me. Könnt euch nicht selbst verteidigen ein bisschen. Okay. Ich kann jetzt nicht immer für alles verantwortlich sein. Halfway there. Holgerization in progress. We're close. Little more. Natürlich bin ich der Held. Die Heldin. Will not stop. Die Heldin. Die Heldin. Wir haben es geschafft. Die ganze Kontrolltower ist ours. Gut. Wir müssen die Bereich von Base 2 entfernen. Ich bin bereits auf. Make them bleed. Guten Tag, Chris. Dann öffnen wir mal den Riss. Dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Barrierfeld down. Energieflug erstattet. Und verlockt. Wahrscheinlich mehr Korruption-Kluster. Schau, die Heldin! Es ist schau, die Heldin. Es ist schau, die Heldin. Das ist schau, die Heldin. At least wir sind schau. Wir sind schau, die Heldin. Die Heldin. Die Heldin. Die Heldin. All cleared. Energy levels at full capacity. Fire it up. Laser activated. Let's go. It's working. The passage is opening. I'm ready. Damn, the demon class. It must fall. To let the laser through. Resistance reporting in. How do you cover? Take them down. Careful, they can easily crush you. Better shoot fast then. Ja, warum nicht, wenn ich schon mal hier bin? Was sind deine Schwachpunkte? Alles. Ach du Scheiße. Death imminent. Taking shield supply down. Burn them all. We got heavy heat on us. Help Slayer, we need your help. Copy that, Captain. Death is inevitable. Burn them. Death. Stumped by my stool. Hit them hard. Oh, man. Your death is imminent. Still here. Into the vacuum. Go for the kill. Damage confirmed. Damage confirmed. Ne, bei dem wo ich nicht die Triebwerke zerstören wie bei den anderen. Ja! Ja! Ich habe euch doch schon geholfen. Wo fliege ich in dich rein? Ich bin gerade zu doof den Eingang zu sehen. Ich bin gerade zu sehen. Der Nightbot kann manchmal spammen, das ist schon richtig. Mit ein paar Kriterien zusammenfallen gleichzeitig kann das schon mal ein bisschen häufiger sein. Ich hätte nur die ganzen Jäger töten müssen. Dann retten wir erstmal die größeren Schiffe. Oh. 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 Das ist inevitable. Schiff dem out. Hostiles repel. We can take it from here. Breach confirmed. Copy, and we'll crush their reactor cores. Now is the side open. Get viral. Halt auf mir hier rein zu folgen. Ne, an Sternenzersteuer kommt es nicht mehr in den Stiel. It's going down. You did it. Be careful, Nara. Our passage into the void. Finally. I'm a force in the shadows. All energies passing through the rift flow towards this, faceless. It feeds on all we suppress. Our fears, nightmares, ambitions. And it anchors the rift. We must destroy it. We will. Gesichtslose Manifestation. Werde ich vorher mit dir reden oder kämpfen wir direkt gegen dich? Hm. Wir kämpfen direkt gegen dich. You're so eager, so confident. The great prophet. No, not exactly. But somehow connected. Not exactly. Not enough. Toll, zerstöre die Panzerung um das Herz. Achso, ich muss die drei Dinger nur einmal anschießen. Soviel dazu. Die guten alten Abgasleitungen. Und ihr dreht euch auch noch, was für ein Elend. Meint ihr nicht, das sind ein bisschen viele Laser? Ich greife die Armblase an. Was ist eine Armblase? Get them hard. Now, we are tile. Born in vain. Worthless. Look, the arm's end has opened. Good, I'll get inside. Ja, und zwar am besten so schnell, bevor ich hier getötet werde. Oh, es wird euch wahr. Ich freue mich, dass das erste Mal, dass ich überhaupt gestorben bin im ganzen Spiel. Ja, wenigstens, jetzt bin ich genau vor der Öffnung. Gut, da ich kein, äh... kein Permadeath drin habe. Was wäre dann jetzt das Ende gewesen? Ja, jetzt müssen wir nur noch zehn andere Arme töten. Oh, was ein... Das ist übrigens wieder so eine Kacke, ich muss mich die Dinger in relativ kurzer Zeit hintereinander zerstören. Hm, und ich habe bis jetzt noch nicht so richtig lokalisiert, wo die überhaupt stehen. Ich habe zum Beispiel... Ich habe zum Beispiel... Yankeig! Montag! Ich hab den Orden! Wasp, 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 wasp. In the arms again. Yes. Death Spiral will not stop. Death imminent. Make them bleed. Und wir müssen. Pathetisch. Das ist dieses typische, wir kacken einfach nochmal. Alles raus, was nötig ist, ey. Wo das wichtigste ist, einfach den Zielschuss auszuweichen, also die Rolle rechtzeitig zu machen. Und immer den Booster anhaben, weil dadurch treffen die eh schon schlechter. Ja. 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 Aber falls ich vorher noch mal andocken soll, hätte mir die Upgrades holen sollen für mein Schildkram und für meinen Rumpf. Ich stehe ja normalerweise auf Tentakel. Jedenfalls entspielen. Du hast niemanden verloren. Sie selbst. Ich. Nur ein paar mehr Blistern. Schau sie ab. Mein Gott. Ich hoffe, dass ich einfach ein bisschen viele Röhren hast. Du wirst nicht sterben. Ne, um euch kann ich mich nicht kümmern. Danke Alpha für deinen Prime Sub. Vielen Dank. Hör sie hart. Dein Tod ist imminent. Was? So schlimm wird der Endgegner bei Kenia, kannst du nicht werden. Der Endgegner hier. Ohhhhhhh. Dämlich rotierende Arme! Mach Uff! Let's open! Nein! Ahhhh! Wieso? Ich wollte mich grad reparieren. Naja, wenigstens startet das wieder in der Arme. Also die Checkpoints sind immerhin super fair gesetzt. Also jeder Abschnitt beim Fight wird gespeichert. Ja toll, der letzte Arme ist zerstört und dann passiert nichts. Ich werd einfach in die Luft gejagt. Ah ne, ich muss die Manifestation einfach niederschießen. Wir kommen einfach auf die Idee, dass man hier in so einem... ...eligen Wabberzeug dann den schnell töten muss, ohne dass man selbst kaputt geht. Häh? Achso, der haut ab. Aus irgendwelchen Gründen kann er sich teleportieren, was aber nicht so gut ersichtlich ist. An Essence Shard. Splintered from the Prophet. Nara. 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 Das kann nicht das Ende sein. Das war nur zwischendurch jetzt. Invincible, and even Rifts can be closed. So there is still hope. There always was. For others, but not for me. You came through, Nara. And we are in your debt. This victory changes many things. Glad to be of service, Admiral. Now we must find the Prophet and kill him. Or there will be more Rifts. Somehow he's the trigger. Admiral Cardo, I fear our battles... ...are far from over, yes. To kill the Snake, it must crush its head. We've detected several rebellions on cult worlds. The news is spreading. And each day, more join our ranks. But it's going to be a long war. Without end. Unless we stop him. I will find him, Admiral. Believe it. I'm staking my fleet. And many lives on it. Good hunting, Nara. Thanks. And Rhee? Stay safe. Always. Also, auch wenn wir Risse schließen können jetzt. Ich hoffe, dass ich das zum Ende nicht nochmal machen muss. I know where to start. The Canook Fields. The Circle's most sacred ground. Where it all began. Where the faceless found him. And where his secrets lie. Oh, es fehlen auch noch immer noch zwei Rituale, die ich bekomme. Upgrades willst du kaufen? Ich weiß gar nicht, ob ich hier überhaupt irgendwelche Upgrades noch kaufen kann. Sehe ich an der Stelle leider gar nicht. Wir können einmal in der Zuflucht landen. Einfach nur zur Überprüfung. Der letzte Abschnitt vom Boss, dass du halt in der wabernden Explosion von dem langsam kaputt gehst, das hätten sie sich sparen können, ey. Was für Nonsens. Als wenn es nicht schon hektisch genug wäre. Wer ist nämlich gesperrt, kann nicht mehr kaufen. Feuer. Wenn du einen Feind mit Ritual des Sturms störst, wird die Laserwaffe sofort geladen. Das gehört sogar zu irgendeinem Set. Ritualschaden um 25% erhöhen. Ach, theoretisch kann man sich auch den ganzen anderen Kram noch kaufen. Ich hab ja das Geld. Aber dann kommt vielleicht irgendwas, was wirklich wichtig wäre. Was ich dann nicht nur wegen der Vollständigkeit halber kaufen will.